Eckwrack, die erstaunliche Vitalität, die aus dem wilden schottischen Meer kommt. Die Geschichte der wundersamen Veränderungen unserer Haut, die vom schönen Meer auf unsere Haut gebracht wird, fängt jetzt an. Die heutige Hauptfigur der Geschichte ist der Seetang, Knotentang. Er hat ein interessantes Aussehen, das fast wie eine Kette von Eiern aussieht. Es ist der wichtigste Meeresrohstoff, der die Haut aufhält, gegen Faltenbildung wirkt und die Haare pflegt. Der Mineraliengehalt einiger Algen macht bis zu 80% ihrer Trockenmasse aus. Brauner Seetang wie Knotentang enthält so viele Mineralien, dass man sagen kann, dass er alle auf dem Planeten vorhandenen Mineralien enthält. Lassen Sie mich Ihnen einige Fakten über Eckwrack erzählen. Wenn ein Wedel bricht, entsteht er aus dem Halt. Tatsächlich kann man das Alter eines Knotentangwedels allein durch Zählen der Luftblasen bestimmen. Das liegt daran, dass der Knotentang in jeder Wachstumsperiode eine Luftblase abgibt. Es gleicht auch nicht aus, wenn es lange Zeit dem Sonnenlicht ausgesetzt ist, da es einen eingebauten Faktor gegen die Schäden durch die Sonnenstrahlen hat. Die in Knotentang enthaltenen Öle sind seit langem dafür bekannt, dass sie unseren Körper bei der Erholung von Krankheiten unterstützen, indem sie entgiften und die Erneuerung geschädigter Hautzellen fördern. Die Geschichte geht weiter mit ihrer hervorragenden Anti-Aging-Wirkung, den wundersamen Veränderungen unserer Haut durch ein wunderbares Geschenk der Natur. Die erste wunderbare Wirkung dieses Extrakts ist die Aufhellung der Haut. Bei der Synthese von Melanin, der Chemikalie, die den Hautton bestimmt, wird das wichtige Enzym Tyrosinase oxidiert, um DOPA zu produzieren. Wie in der Grafik zu sehen ist, nimmt die DOPA-Bildung mit steigender Konzentration des Knotentang-Extrakts ab. Bei der Behandlung von 2% IgM-A-GRAG wird die Melanin-Produktion auf 30% reduziert. Diese erstaunliche hautaufhellende Wirkung des Knotentangs kommt vielleicht von seiner inneren Kraft, die sich vor der Sonne schützt. Knotentang hat auch Antifalten-Eigenschaften und verleiht der Haut junge Energie. Die Abnahme von Elastin und Collagen, die die Haut straffen, ist der Grund dafür, dass ihre Haut alt aussieht. Es wurde festgestellt, dass mit zunehmender Konzentration von Knotentang die Aktivierung der Elastase, des Enzyms, das Elastin abbaut, deutlich reduziert wird. Auch bei der Behandlung von Knotentang-Extrakt in den faserigen Zellen der Haut, die Prokollagen, die Vorstufe von Collagen, produzieren, wurde festgestellt, dass er die Produktion von Prokollagen um 31% erhöht. Wie ich bereits auf der vorhergehenden Folie erwähnt habe, ist Setan reich an Mineralien. Dank dieser reichhaltigen Mineralien hat der Knotentang nachweislich eine ausgezeichnete Wirkung auf das Haarwachstum, indem er die Haarzellen, die sogenannten Dermalpapilla-Cells, vermehrt und ihr Haar bereichert. Es wurde festgestellt, dass Eckwrack die Dermalenpapillenzellen um 25% vermehrt. Ich hoffe, Sie atmen die positive Energie des Meeres ein, indem Sie unser wunderbares Produkt, den Eckwrack, verwenden. Finden Sie heraus, wie dieses Produkt Eckwrack Ihrer Haut nützt. Die richtige Antwort finden Sie an diesem wunderschönen Ort, The Secrets of Caledonia.